Wir reden über den VfB Stuttgart. Mein Name ist Timion Kramer und es geht endlich wieder los. Die Sommerpause ist vorbei. Am gestrigen Donnerstag ist der VfB Stuttgart in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Das bedeutet auch für uns hier im Zeitungsverlag Weiblingen, wir legen wieder los mit dem Podcast. Und da darf natürlich eine Person nicht fehlen, nämlich mein Kollege Danny Gallen, der hier neben mir sitzt. Danny, ich grüße dich. Also wenn man so aus der Sommerpause geholt wird, ich kann gar nichts sagen. Ich bin sprachlos, Simi. Ich freue mich, dass wir wieder da sind. Es ist muggelig warm hier bei uns im Zeitungsverlag, bei euch vermutlich auch. Und ja, wir brennen, glaube ich, auf die neue Spielzeit, oder? Das glaube ich schon. Deswegen direkt die Frage, Danny. Wir hatten, glaube ich, drei oder vier Wochen Pause. Bist du gut erholt? Ich bin gut erholt, weil ich habe mich ja auch in den Urlaub verabschiedet und dir die Relegation überlassen. Da nochmal sorry für. So finde ich richtig gut gemacht. Hast auch richtig was erlebt und immerhin ein Happy End zustande gebracht. Deswegen, ich bin super erholt. War ein bisschen Urlaub machen über Pfingsten. Jetzt gestern dann der volle Einstieg, wobei man ja auch wieder dazusagen muss, eine Sommerpause beim VfB Stuttgart, was haben wir alle gelacht. Es war wieder einiges los und deswegen sind wir, glaube ich, auch wieder da. Ja, wir sind wieder da und wir sind sehr froh darüber, denn während du im Urlaub warst und ich Relegation gemacht habe, war ja noch ein bisschen Zeit. Wir hatten zwei, drei Wochen zur Vorbereitung. Wir haben nämlich hier ein neues Projekt am Start, lieber Danny und ihr da draußen, die zuhört. Ihr könnt uns jetzt nämlich nicht nur noch hören, sondern ihr könnt uns auch jetzt sehen. Liebe Grüße nach draußen an alle, die zuschauen. Wir filmen uns jetzt nämlich beim Podcasten. Das heißt, uns gibt es jetzt auch als Videopodcast. Es gab ganz viele Rückmeldungen in den letzten Wochen, auch nochmal zum Ende der Saison hin. Filmt euch doch mal, zeigt eure Gesichter, zeigt, dass ihr da seid. Und jetzt sitzen wir hier in einem selbst eingerichteten Studio im Zeitungsverlag Weibling in der Redaktion. Wir haben eine grüne Wand hinter uns, Danny, die uns nachher ermöglicht, ein super Video zu schneiden. Und gebt uns doch einfach mal Feedback, wie ihr das findet, das Projekt. Also wir machen das jetzt das erste Mal mit Video. Das ist zu sehen auf YouTube, könnt ihr euch das anschauen. Es gibt ganz normal, wie immer, diesen Podcast auf Apple, Spotify, auf allen möglichen Plattformen. Und zusätzlich auf YouTube noch das Video. Also schreibt uns in die Kommentare, schreibt uns eine Mail an vfb.zvw.de. Schreibt denn Danny und mir via Social Media, wie ihr dieses Projekt findet. Schaut euch das doch bis zum Ende an und gebt uns Feedback. Danny, das war's, oder? Ja, ich freue mich, dass wir den Podcast immer weiterentwickeln, dass wir immer neue Dinge mal ausprobieren. Und wichtig ist zu betonen, da war viel Feedback von euch, die sich das gewünscht haben. Und jetzt haben wir gedacht, wir mobilisieren mal alles, was wir hier im Verlag haben. Greenscreen, Kamera und Co. Und jetzt starten wir das einfach mal, gucken mal, wie sich das einläuft, wie sich das einruckelt. Und da seid ihr natürlich auch gefragt. Guckt es euch mal an und schreibt uns, was passt schon, was ist vielleicht nicht so gut gelöst. Ja, und jetzt sind wir, glaube ich, endlich an dem Punkt, dass wir uns in den Hintergrund nehmen können, obwohl wir jetzt ja gewissermaßen noch mehr im Fokus stehen, nämlich auch im Bewegtbild zu sehen sind. Lass uns doch endlich mal reingehen in die VfB-Themen der Woche sozusagen. Ich sehe schon, du brennst wieder, du bist wieder voll motiviert, weil du warst gestern beim Trainingsauftakt. 15 Uhr war der Start in die Vorbereitung auf die neue Saison. Sebastian Hoeneß hat seine Spieler aufs Feld gebeten. Es waren rund 750 Fans, glaube ich, waren da. Du warst ja für unsere Redaktion vor Ort. Erstmal generell, das war ja so ein klassischer Aufgalopp, würde ich behaupten. Das ist ja jetzt nicht so, dass da taktisch groß gearbeitet wird, sondern es gibt Selfies mit den Fans nach der Einheit. Es werden Autogramme geschrieben. Wie war denn so grundsätzlich jetzt der Start in die neue Saison beim VfB? Also es war ein bisschen verhaltener, als es in der Vergangenheit schon mal war. Man hat es ja auch manchmal so ein bisschen mit Volksfestcharakter gemacht und dann im Schlehensstadion und dann wurde noch ein neuer Partner, neue Trikots präsentiert und so. Das war am Donnerstag nicht der Fall. Das war eher so eine größere öffentliche Trainingseinheit. Und du hast es ja schon anklingen lassen. Wir müssen ja einfach sagen, also das Gros der Nationalspieler, was ja auch das Gros der Mannschaft ist, war gar nicht da. Endo, Ito, Mavropanos, Sosa, alle noch im Urlaub, weil die noch mit den Nationalmannschaften unterwegs waren. Und deshalb 24 Feldspieler plus drei Torhüter. Ich glaube, drei Youngsters waren mit dabei aus dem NLZ. Dazu ein paar Leihrückkehrer, vier an der Zahl. Also viele neue, teils altbekannte Gesichter, Mo Sanko, Clinton Mohler, da mussten auch die Fotografen, die am Platz standen, erstmal gucken. Wer ist denn eigentlich nochmal der Clinton Mohler? Ah, der, okay. Also das war eher so ein ganz gemütlicher Auftakt. Es war eine gelöste Stimmung unter den Leuten, habe ich schon so wahrgenommen. Grüße auch an den Uli, den habe ich ja gestern dann am Trainingsplatz getroffen, der uns ja schon jahrelang, kann man sagen, glaube ich, hört. Auch über YouTube immer fleißig kommentiert. Also Uli, wir haben uns gestern getroffen, war sehr schön, hat mich gefreut. Auf jeden Fall, wenn man sich mit den Leuten ein bisschen unterhalten hat oder auch mit den Kollegen, das läuft jetzt alles erst so an. Und nach dem Training konnten wir dann, beziehungsweise die Einheit ist noch gelaufen, konnten wir mit Fabian Wohlgemuth eine Runde schnacken, mit Sebastian Hoeneß. Und so, wenn man das zusammenfassen will, das ist alles gerade so in der Findungsphase. Also so nach dem Motto, hey, wir fangen jetzt erstmal mal an, jetzt folgen die Leistungstests, Diagnostik, Laktattests und so weiter. Dann kommt das erste Testspiel und dann schauen wir mal, was da passiert. Also da ist gestern nicht viel passiert, außer dass man die neuen Trainingsshirts gesehen hat. Vielen haben sie nicht gefallen, ich finde das immer ein bisschen überbewertet. Das ist halt ein Trainingsleibchen und ansonsten spieltaktisch inhaltlich überschaubar. Aber ja, ich fand es war nett. Es ist ja auch nett für uns, wieder Rasen zu riechen, sagen die Spieler. Ich glaube, die hatten auch Spaß, weil wenn du das Wieslik sehen hast, das wurde nochmal gewässert. Das war ja in der Mittagshitze sozusagen, aber der Platz lag super grün da. Da hat man schon kurz gezuckt, so nach dem Motto, ah, Kollege Moisidis, wollen wir uns auch mal ein paar Pässe zuspielen? Aber der wollte dann nicht. Der wollte nicht, der kann vielleicht doch nicht mehr, oder? Der hat ein kaputtes Knie, bei dem ich glaube, alles kaputt. Aber ja, das war eben so ein gemütlicher Aufgalopp. Ich meine, da geht es ja auch nicht darum, dass man da jetzt irgendwie schon Vorzeichen für die neue Saison sieht. Wer wird Stammstürmer, wer wird Stammteuter? Darum geht es ja gar nicht. Das ist wirklich einfach nur, wir sind zurück, wir sind da, liebe Fans, kommt vorbei, schaut es euch an. Um mehr ging es da ja eigentlich gar nicht. Aber du hast gesagt, und das ist ja eigentlich ganz spannend, man konnte dann doch auch ein bisschen mit den Verantwortlichen sprechen. Du hast mir erzählt gestern auch schon, dass Fabian Wohlgemuth und Sebastian Hoeneß danach noch in die Runde kamen, zu euch Journalisten. Was wurde da so gesprochen? Habt ihr da bestimmte Themen abgeklappert? Was ging da? Einmal die große Runde sozusagen, so von, ah, und, wie war der Urlaub? So ein bisschen Smalltalk-mäßig bis über, ja, die großen Themen, Kaderplanung, wie geht es denn jetzt weiter? Und Fabian Wohlgemuth, ich mag diese Art sehr, wenn man den dann fragt, ja, und wie sieht es denn aus, Torhüterposition? Dann sagt der halt einfach mal ganz trocken so, ja, da sind drei auf dem Platz. Wir sprechen da ja gleich später noch ein bisschen ausführlicher drüber, aber das meinte ich mit Findungsphase. Auch der Sebastian Hoeneß hat da jetzt nochmal betont, das fand ich eigentlich ein schönes Bild, dass der gesagt hat, als ich im April hier angefangen habe, da hatte ich 24 Stunden Vorbereitung aufs erste Pflichtspiel. Das war dann das Pokalspiel in Nürnberg, wenn ich nicht falsch bin. Und jetzt habe ich sechseinhalb Wochen, um mich auf das erste Pflichtspiel, das ja dann im DFB-Pokalsteig vorzubereiten. Also der freut sich da sehr drauf, weil jetzt kann er dieser Mannschaft endlich auch mal wirklich seinen Stempel aufdrücken. Das soll nicht heißen, dass er das nicht schon getan hat. Das hat man ganz klar gesehen, was er mit dieser Truppe vorhat. Aber das war eben alles unter diesem immensen Druck im Abstiegskampf erzwungen sozusagen. Es hat schon funktioniert und das war auch so ein Thema, das Fabian Wohlgemuth angesprochen hat, so dass wir eine positive Entwicklung hatten in den letzten ein, zwei Monaten und daran jetzt wieder anknüpfen wollen. Ein schöner Satz von ihm war auch, dass er gesagt hat, es gab so eine Ansprache vor dem Training an die Mannschaft. Und da hat er gesagt, da wurde ihm auch so gespiegelt, dass der eine oder andere signalisiert hat, dass er jetzt nochmal neu angreifen möchte. Und dazu kommen ja ein paar Neuzugänge, man wird was tun am Kader. Die Aussage war so, da wird sich noch einiges tun bis 31.08. Aber im Großen und Ganzen stehen wir jetzt gerade an der Startlinie dieser Vorbereitung und die spannenden Wochen, die fangen jetzt erst an. Auch der Testkick am Sonntag in diese Hohenloher-Auswahl, das ist ja eher Schaulaufen, das ist ja auch Teil der Sponsorendeals in gewisser Weise. Aber dann geht es nach Reutlingen nochmal, den Testkick, auch da der sportliche Wert überschaubar. Aber dann kommt das Trainingslager und da wird es dann, glaube ich, interessant. Und ich meine in den Augen und in den Aussagen von Sebastian Hoeneß gelesen und gehört zu haben, dass der richtig Bock hat. Jetzt wirklich so diese, er konnte was am Trainerteam nochmal machen, Malik Fati ist dazugekommen und jetzt können sie richtig reingehen, jetzt können sie in die Details gehen und er hat die Zeit. Und deswegen dieses Bild, 24 Stunden Vorbereitung aufs erste Pflichtspiel, da kannst du ja gar nichts machen. Da machst du ein Abschlusstraining, erster Eindruck und dann sagst du, okay, Bredlo bleibt im Tor, Anton, die stelle ich wieder nach innen und jetzt bitte. Ich glaube, jetzt geht es wirklich in die Details und weil der Kader sich noch wirklich verändern wird, wird es ein laufender Prozess sein, den wir natürlich jetzt hier begleiten werden. Ja, ich meine an euch da draußen, wir haben es ja mitbekommen, Sebastian Hoeneß ist eigentlich der Hauptfaktor, dass der VfB in der Liga geblieben ist, dass in der Relegation gegen den HSV gewonnen wurde, dass die Relegation überhaupt erreicht wurde. Und wenn der gute Mann jetzt wirklich sechseinhalb Wochen Vorbereitung hat und ja schon so einen guten Einfluss auf die Mannschaft hatte in den vergangenen Wochen und Monaten, dann sind es glaube ich nicht die schlechtesten Voraussetzungen für den VfB Stuttgart aktuell oder wie siehst du das? Nee, auf gar keinen Fall, aber man darf es auch nicht überbewerten, weil es ist so ein großer Cut dann doch mental, aber auch weil sich die Mannschaft verändern wird, auch wenn alle Beteiligten immer wieder betonen, so die Basis steht. Und da würde ich auch beipflichten, dass ich sage, Mensch, so eine gewonnene, überstandene Relegation, das kann ja auch zusammenschweißen. Haben wir letzte Saison auch gesagt, nach dem Köln-Spiel, Mensch, so ein Moment, wer den nicht für sich nutzt, der ist aber ganz schön blöd. Also ich bin bei dir, dass ich sage, ja, die Voraussetzungen sind da, du hast da einen engagierten jungen Trainer, der was machen will. War Matarazzo auch letzte Saison, deswegen, ich möchte den Zeigefinger, ich kann ihn ja jetzt auch ins Bild heben, der mahnende Zeigefinger, das muss ich jetzt eben einruckeln. Man muss jetzt mal gucken, was verändert sich da, es geht ja auch viel darum, ich glaube, wir sprechen später auch noch über diese Saisonanalyse, so dieses Thema, was hat Fabian Wohlgemuth gesagt? Wir sind vermutlich die Mannschaft, die am wenigsten geschafft hat, das vorhandene Potenzial zu heben. Und das impliziert ja, dass wir Qualität im Kader haben, sagen die Verantwortlichen. Nur wir müssen es irgendwie aktiviert bekommen. Und dieses Wie, das ist die Kernfrage. Und das zu beantworten, ich habe es gestern schon gefragt, da hat der Sebastian Hünder gesagt, jetzt lasst uns doch erst mal ankommen und machen, wir müssen die Jungs jetzt mal gucken. Und wie gesagt, der große Stamm fehlt ja noch. Deswegen, ja, gute Basis, Vorbereitung liegt vor den Jungs, engagiertes, junges Trainerteam, sehr junges Trainerteam. David Krishidlo, Malik Fati sind ja auch noch junge Coaches. Und nichtsdestotrotz. Da kann was gehen, aber ... Es ist alles keine Gewissheit. Ja, klar, natürlich. Ich fand es auch interessant, dass so richtig klar wurde, nicht so ein Saisonziel schon formuliert. Es war immer so das Thema, so ja, Potenziale heben und Abstiegskampf und so weiter. Aber so, ich glaube, sie ringen noch so ein bisschen mit sich, ein Ziel zu formulieren. Was wäre denn aus deiner Sicht, oder macht es überhaupt Sinn, aus deiner Sicht zu sagen, als Verantwortlicher so, wir wollen nächstes Jahr das und das erreichen. Auch nach außen, meine ich jetzt. Also eigentlich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie intern Ziele haben. Ja, klar. Also natürlich haben sie die, die werden sie natürlich nach außen noch nicht kommunizieren. Aber ich meine, am Ende des Tages, sie waren vorletztes Jahr mit Ach und Krach auf Rang 15. Sie waren in der letzten Saison in der Relegation. Also das Ziel muss ja mal endlich sein, den sicheren Klassenerhalt zu schaffen. Die goldene Ananas. Die goldene Ananas. Einfach mal ganz entspannt und Platz 10 spielen. Das war der Tenor mit vielen Fans, die einfach nur gesagt haben, ich will einfach nur eine Runde, die am 30. Spieltag quasi vorbei ist. Wo dann noch vier Spiele kommen, wo dann wegen mir die Albe-A-Jugend mal auf den Platz kann. Und nicht dieses ewige Gezitter bis zum Schluss. Ich glaube, aber das ist auch schwierig, so ein Ziel zu formulieren. Also ich meine, die Top-Teams, die formulieren irgendwie, wir wollen ins europäische Geschäft. Die vermeintlichen Abstiegskandidaten sagen, wir wollen nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Und der VfB ist irgendwo eine Mannschaft, die sich gerade in den Zwischenräumen bewegt. Also eigentlich sind sie ja ein potenzieller Abstiegskandidat, weil sie die letzten zwei Saisons so schlecht performt haben, muss man einfach so sagen. Aber wenn man das Potenzial der Mannschaft sieht, und Fabian Wohlgemuth hat ja richtigerweise gesagt, wir waren die Mannschaft, die es nicht geschafft haben, unser Potenzial auszuschöpfen, dann ist da ja was da. Deswegen, was willst du jetzt formulieren? Willst du sagen, wir wollen Zehnter werden? Also das wollen wir einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Also ich glaube, dass die Verantwortlichen im Roten Clubhaus gut beraten sind, erstmal kein Saisonziel zu formulieren, erstmal auf die Bremse zu drücken, zu sagen, wir haben jetzt hier sechseinhalb Wochen Vorbereitung mit einem neuen Trainer, der die Mannschaft auch doch jetzt ein bisschen anders kennenlernen kann. Und deswegen finde ich, das ist völlig in Ordnung, dass man da kein Saisonziel formuliert. Aber findest du auch, dass es sich ein bisschen widerspricht, dass sie auf der einen Seite sagen, so ja, wir haben hier Potenzial und die müssen wir nur heben? Und auf der anderen Seite heißt es so, ja, aber der Kader wird sich ganz schön verändern. Also, ja, aber konkret Torhüterposition. So, man will da was machen. Das stimmt, aber, also ich glaube, der Kader wird sich groß verändern, bezieht sich vor allem darauf, dass diese ganzen Leihspieler, da kommt ja eine riesige Armee an Leihspielern zurück. 34 Spieler aktuell. Ich habe 32 gezählt, aber Wohlgemuth hat 34 gesagt, deswegen. Ja, ich habe zwei vergessen. Keine Ahnung. Also das wird auf jeden Fall geringer, wenn du dir überlegst, so ein normaler Bundesliga-Kader hat so 23, 24 Mann und der VfB ist ja da mit 10 fast drüber. Der Sebastian Hünnes wollte übrigens keine feste Zahl formulieren, wurde mehrfach gefragt, so, was ist denn Wunschzahl? Und dann hat er nur gesagt, er möchte einen schlanken Kader. So, er hat ja auch im Endspurt der vergangenen Saison schon quasi Spieler abgepackt, so bei Hildiers, wo es dann hieß, ey, ich brauche auf dem Trainingsplatz einfach, ich will nicht, wenn 11 gegen 11 gespielt wird, dass dann da noch 8 in der Ecke stehen. So, und dann wurde da ja schon ein bisschen aussortiert. Ich kann jetzt auch meine Anführungszeichen, also für die Podcast-Hörerinnen und Hörer, ich habe Anführungszeichen in die Luft gemalt, für YouTube, ihr seht sie. Ich finde es großartig, ich muss mich noch dran gewöhnen. Ich auch, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Seht uns nach, ihr könnt es uns gerne ja als Feedback schreiben, wir sind keine geübten Moderatoren, kriegen da ja vielleicht auch noch ein cooles Coaching. Aber jetzt wieder zurück zum VfB, also dieses, ich kann mich mal erinnern, ich glaube, es war Typhon Korgut, das weckt jetzt immer schlechte Erinnerungen, aber der hat, glaube ich mal, 24 Spieler, mehr dürfen es nicht sein. Plus drei Torhüter. Plus drei, also 27. Ja, also 24 Feldspieler. Dass du wirklich sagen kannst, du hast ein 11 gegen 11, hast noch so ein bisschen, du hast ja immer im laufenden Betrieb Wehwehchen, da mal einer verletzt, hier wird einer gesteuert. Ich denke, dass es sich auf so eine Größe auch einpendeln wird und das heißt halt im Umkehrschluss, sieben, acht Spieler. Minimum weg. so. Und dann musst du überlegen, du holst einen neuen Torhüter, bei einem potenziellen Abgang von Mafropanos oder Sosa musst du ja auch nochmal aktiv werden. Das heißt, da müssen schon sieben, acht Spieler gehen und da hast du halt ein paar Kandidaten. Du hast die Leihspieler, die alle gekommen sind. Die allen voran. Mosanko, Leonhard Münst, Wahig Fagir, Roberto Massibu, Matteo Klimowitz ist ja noch in Argentinien bis Dezember, aber der wird ja dann auch gehen. Du hast Momo Cizé, du hast Clinton Mola, du hast einfach ein paar Spieler, die müssen weg, die müssen gehen und es ist ja auch das angesprochene Ziel der Verantwortlichen, dass die Spieler gehen müssen und ich glaube, damit ist dieser große Umbruch gemeint, weil wir können ja schon mal ein bisschen vorweggreifen, es geht ja auch um diese Saisonanalyse und ich habe ja auch jetzt in der Sommerpause mal lang mit Fabian Wulgemuth telefoniert und da ja auch einen Artikel geschrieben auf zvw.de, könnt ihr auch mal reinlesen nochmal. Da ging es ja vor allem darum, dass der Kern eigentlich steht. Also unter Sebastian Hoeneß hat die Mannschaft sich so stabilisiert und so weiterentwickelt, dass sie das gar nicht so gedacht haben. Also ich glaube, dieser Switch von Labbadia zu Hoeneß, da waren alle so der Meinung, ey, wir müssen im Sommer richtig aktiv werden, wir brauchen einen Umbruch. Es war ja immer die Frage, gibt es einen großen Umbruch, ja oder nein? Und ich glaube, diese paar Wochen unter Sebastian Hoeneß, oder das waren ja dann glaube ich zwei Monate, die haben eben gezeigt, mit einem richtigen Trainer, einem richtigen Spielsystem und einer richtigen Ansprache ist aus der Mannschaft vielleicht doch mehr rauszuholen und wir brauchen diesen riesen Umbruch nicht. Und ich glaube, das war auch wörtlich das Zitat von Fabian Wulgemuth, es wird keinen riesen Umbruch geben. Ja, unsere Mannschaft wird anders aussehen, aber unsere Achse, die steht. Die Frage ist halt, wie definierst du dieses mehr rausholen? Heißt mehr rausholen, ich wäre 14. oder eben 10. 8. 9. Sowas in die Range. Ich glaube, darum geht es dann auch in der Feinheit, weil wir haben ja immer viel geschumpfen über diese Mannschaft und eine unserer Ansichten war, ihr könnt, wenn ihr es anders gesehen habt, ist das auch okay, es fehlt auch auf gewissen Positionen an Qualität, andernfalls würde diese Mannschaft nicht in den Tabellenregionen stehen, wo sie eben steht. Aber unbestritten ist eben, dass selbst diese Mannschaft, die sich jetzt mal wieder mit Hängen und Würgen gerettet hat, dass es komplett unnötig war. So, ich sage mal zwei, drei Siege mehr oder irgendwo mal ein wichtiges Kellerduell nicht so in den Sand gesetzt, wie es der VfB auf Schalke gemacht hat, in Berlin gemacht hat und so weiter, dann hättest du locker in die Range kommen können zwischen 10 und 15. Klar. Und darum wird es, denke ich, gehen. Aber das ist natürlich ein Drahtseilakt, weil, wir sprechen später nur über den Transfermarkt, das wird ein richtig langer Transfersommer, wie wir im letzten Sommer schon erlebt haben, Sascha K. Leipzig, erinnere ich dann nur, wo sich wirklich bis spät reingezogen hat, weil, das ist vielleicht schon mal vorweggegriffen, der Fabian Wohlgemuth sagt, die Preisvorstellungen für Spieler wie Sosa und Mavopanus, die wir haben und unter denen wir die auch nicht abgeben müssen, die kommen halt nur für den englischen Markt vermutlich in Frage. Und der englische Markt startet, das wisst ihr ja draußen ganz genug, die starten erst später. Also die Engländer sind ja bekannt dafür, dass sie viele Millionen Euro, viele Milliarden sogar in den Markt pumpen und die Engländer, die starten immer erst spät und das war jetzt so bei Sascha Kalajdzic, der wurde ja dann von den Wolfs... Was am letzten Spieltag so? Es war am letzten Tag, es war der Deadline Day. Eigentlich bräuchten wir eine grüne Wand hinter uns, eine gelbe Wand hinter uns. Machst du nicht so abfällig, falls der Kollege Bayer nochmal kommt, der ist ja heiß involviert. Dennis, falls du uns siehst und hörst. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, die Engländer pumpen ziemlich spät Geld in den Transfermarkt. Das bedeutet, wenn der VfB, Sosa und Mavopanus für die Summe verkaufen will, die er plant, dann geht es nur über den englischen Markt. Also sprich Sosa so um die 10, Mavopanus, 12 vielleicht, wenn es gut läuft. 15, 20. Genau. Irgendwo die Rage. Zur Einordnung. Genau. Das Geld kriegst du nicht aus Spanien, das Geld kriegst du nicht aus Italien. Da muss schon ein Premier League Club kommen und da gibt es ja auch einen Club, der eben, die haben ja einen griechischen Besitzer, Nothingham Forest. Orel Mangala. Orel Mangala ist ja da schon vom VfB, der ist ja im letzten Sommer auch gewechselt. Und jetzt ist es so, dass Konstantinus Mavopanus als Grieche natürlich vielleicht für den griechischen Besitzer von Nothingham Forest interessant werden könnte. Das ist jetzt viel Spekulation. Aber das wäre natürlich ein potenzieller Abnehmer und da die natürlich den Preis drücken wollen und der VfB natürlich den Preis weiter oben haben will, zieht sich das vermutlich ewig und wir müssen uns da, glaube ich, auf einen langen Transfersommer einstellen. Aber Danny, wir haben gerade über diese Struktur gesprochen, über diese klare Achse, die der VfB besitzt. Und so eine klare Achse geht immer los auf der Torhüterposition. Und ich glaube, da hat der VfB, und das hast du ja auch gestern gesehen beim Trainingsauftakt, da hat der VfB den größten Need, wie man sagt, also den größten Bedarf, einen Spieler zu verpflichten. Und beim Trainingsauftakt waren da Florian Schock, Dennis Simon, der Nachwuchskeeper und Fabi Pretlow, die neue Nummer 1, zumindest was die 1 auf dem Trikot anbelangt. Das ist natürlich nicht die Wunschlösung für den VfB Stuttgart. Fabi Pretlow hat Florian Müller ersetzt, der nach Freiburg gegangen ist, der ist jetzt zu Christian Streich zurück, wo da vermutlich die neue Nummer 2. Aber Fabi Pretlow war ja damals schon nicht die Wunschlösung. Und ist es ja jetzt auch nicht unbedingt. Wurde da gestern beim Transferauftakt, Transferauftakt, beim Trainingsauftakt, wurde da gestern schon drüber gesprochen, war das ein Thema oder was passiert auf der Torhüterposition? Also der VfB muss ja aktiv werden, oder? Also der Plan ganz grundsätzlich ist ja, dass die Zukunft Dennis Simon gehört. Das Problem für die Gegenwart ist, der ist 17 Jahre alt und den jetzt quasi mit dieser Bürde auszustatten, du bist unser Stammkeeper in der nächsten Saison, die auch wieder kompliziert werden wird, das macht man klugerweise nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Ich glaube, es gibt schon noch so eine Restchance, wenn der durch die Decke geht in der Vorbereitung und alle sagen, der kann das, würden sie es machen lassen. Wenn die Planungen, wie sie in der Theorie gemacht worden sind, umgesetzt werden, dann holt man noch jemanden für diese Torhütergruppe dazu, weil ja auch ein Kaderplatz sozusagen frei ist durch den Abgang von Flo Müller. Und das Duell um die Nummer 1 ist gewissermaßen jetzt von Tag 1 zur Vorbereitung eröffnet und der Fabi Bredlo, psychologisch clever, gleich mal die 1, sich geschnappt, wo man sagen muss, beziehungsweise Fabian Wohlgemuth gesagt hat, damit untermauert er seine Ansprüche, weil es wird von allen betont, es ist ein offenes Rennen und noch ist ja niemand da. Wenn auch, klar, die Nummer 1 bedeutet nicht, du musst sie auch auf dem Trikot hinten haben. Sehr wahrscheinlich zumindest. Und wir kommen immer wieder zurück auf diesen Prozess und diesen langen Transfersommal. Solange niemand da ist, solange niemand gefunden worden ist, es gab wohl Interesse an Alex Meyer von Borussia Dortmund, der schon mal in Stuttgart war, der wird jetzt vermutlich aber verlängern in Dortmund. Also das Anforderungsprofil, das man da sucht, also jemand, der schon ein bisschen Erfahrung mitbringt, der die Liga kennt, der aber auch bereit ist, sozusagen als Brückentorwart zu fungieren für Simon, der dann in ein, zwei, drei Jahren, natürlich am liebsten viel früher, je schneller der Prozess eben geht, auch wieder zurückzuziehen, das wird, das ist super kompliziert. Und Fabian Wohlgemuth meinte, mit Blick auf den Transfermarkt allgemein, aber ich glaube, es bezieht sich vor allem auf die Torhüterposition so, wir brauchen Geduld und die Gunst der Stunde. Also es muss sich da, da muss irgendwo eine Tür aufgehen bei einer Personalie und der VfB in dem Moment natürlich auch dann bereit sein und wirtschaftlich in der Lage sein, das zu stemmen. Und das habe ich gestern im Text so geschrieben, beziehungsweise jetzt steht es ja auch noch auf unserer Homepage, zfw.de, der Fabi Bredloch hat einen Vorteil, mehrere sogar, wenn man es genau nimmt. Der ist hier. Das ist mal der erste Vorteil, der ist hier, der kann trainieren, der kann Gas geben. Zweiter Vorteil ist, der hat es nicht schlecht gemacht. Wir waren beide auch nicht ganz überzeugt, aber in der Phase, wo er reingeschmissen wurde, das war im Februar, ich habe es nochmal nachgeschaut, unter Bruno Labbadia, da hat er erstmal das ganze Gebilde stabilisiert. Und auch der Sebastian Hoeneß hat gestern gemeint, der Fabi hat einen guten Job gemacht. Punkt drei ist, der ist seit 2019 im Team, 2019. Der ist im Mannschaftsrat, ich glaube, der ist sogar Kassenwart, also der hat ein gutes Standing. Er war es zumindest mal, ich weiß nicht, ob sie es verändern werden, aber der hat innerhalb der Truppe ein Riesenstanding. Der ist angesehen und es ist ja auch nicht auszuschließen, das war ja letztes Jahr die Hoffnung bei Flo Müller, dass der sich weiterentwickelt, dass der nächste Schritte macht. Und dann kommt eben in diese Gesamtbetrachtung noch ein Satz von Wohlgemut rein, der hat nämlich gesagt, wir werden nicht krampfhaft etwas verändern. Sprich, wenn ich da für mich einen Strich drunter ziehe, dann sind sie auf der Suche nach einem Torhüter, ganz klar, weil sie da Bedarf sehen, aber sie werden es nicht unter allen Umständen machen. Sprich, das muss finanziell passen, menschlich, charakterlich und das wird kompliziert. Und ich glaube eben, je länger diese Suche geht, also jetzt geht es los, der Fabi Bredlo spielt, wechselt sich natürlich mal ab mit dem Schocki, mit dem Simon und so weiter, geht mit ins Trainingslager. Je länger die noch zu findende Nummer eins, neue Nummer eins Potenzielle nicht hier ist und mit der Mannschaft arbeitet, umso größer sind die Chancen, dass Bredlo, selbst wenn er dann noch spät kommen sollte, einfach Platzhirsch ist und sagt, du, wenn du hier ins Tor willst, musst du an mir vorbei. Ja, also da muss dann schon, finde ich, jetzt überleg doch mal, theoretisch, die finden jetzt in den nächsten drei Wochen keinen, was ich für sehr realistisch halte. Die finden keinen, heißt Bredlo, macht schon mal die halbe Vorbereitung mit, ist im Trainingslager und dann kommt da noch einer an, der muss sich da erstmal reinfuchsen und dann muss er auch durch Leistung auf dem Platz überzeugen, in der Mannschaft überzeugen, weil die Torhüterposition ist so ein wichtiger Punkt und deswegen, also mal ganz grundsätzlich, ich sehe den Bedarf, ich fände das super, wenn die jemanden dazubekommen, der auch diesen Konkurrenzkampf pusht, weil man eben klar formuliert hat, Simon ist der Mann für die Zukunft, dem Schock traut man es offensichtlich nicht zu und der Fabi Bredlo, ja, okay, hat seine Stärken, hat aber auch seine Schwächen, haben wir alle gesehen. Deswegen, da wird nicht krampfhaft was passieren, glaube ich. Und ich glaube, du hast einen Punkt angesprochen, der ganz wichtig ist, umso länger das dauert, umso wahrscheinlicher ist es, dass Fabi Bredlo die Nummer eins wird, weil er hat ja da auch einen psychologischen Move vollzogen. Also er hat die Eins auf dem Rücken, er ist zumindest mal für alle objektiv betrachtbar die Nummer eins. Dann kommt ein Spieler, der kriegt K&D 42, was auch immer, der kommt dann mit drei Wochen Verspätung oder vier Wochen Verspätung, macht vielleicht gar nicht das Trainingslager mit. Abläufe sind schon, du kennst das doch auch. Genau, das ist so, also der Fabi Bredlo spielt mit der ersten Elf, dann ist im Trainingslager, kann sich zeigen. Die Frage ist ja nicht nur, findet der VfB jemanden, sondern ist jemand bereit, drei Wochen vor Saisonstart noch zum VfB zu kommen, wohl wissend, dass Bredlo die Eins trägt, dass Bredlo die ganze Vorbereitung mitgemacht hat, dass er die ganze Rückrunde gespielt hat. Also da sind ja viele Punkte, wo ich als Torhüter, der potenziell zum VfB kommt, sagen würde, muss nicht unbedingt sein. Deswegen sage ich ja, das muss auf so vielen Ebenen passen. Wirtschaftlich, der Name Jan Sommer fiel ja mal, guckt euch mal an, was der in München verdient. Also das ist vermutlich das Vorstandsgehalt beim VfB. So, aber da ich, also wie gesagt, ich will mich nicht festlegen, aber ich nach dem Tag gestern und auch wie sich das die letzten Tage entwickelt hat und wie sich der Transfermarkt vermutlich entwickeln wird, halte ich es nicht mehr für ausgeschlossen, dass der VfB mit Bredlo als Nummer eins in die neue Saison geht. Und Nummer zwei, Dennis Simon, weil der ist ja eigentlich für die U21 eingestellt. Der soll ja eigentlich in der Regionalliga Erfahrung sammeln, Schocki Nummer zwei, also eigentlich, wenn ich mir das anschaue und sie haben... Eigentlich musst du noch jemanden dazuholen rein, dass du das auch im Trainingsbetrieb da immer guten Wechsel hast. Aber dann ist halt die Frage, also du kannst ja entweder jemanden holen, wo du ganz klar sagst, ey, du konkurrierst und die Nummer eins oder du holst halt nochmal jemanden und sagst, ey, du bist ein guter Backup. So wie Freiburg jetzt Flo Müller geholt hat. Da ist klar kommuniziert, der U21-Nationalkeeper steht drin, du bist der Backup. Aber die, also ich will jetzt nicht böse werden oder so, aber eigentlich ist ja Fabi Bredlow der perfekte Backup. Ja, aber der hat ja auch Ambition, das ist ja ein Profisportler. Darum geht's ja gar nicht, aber ich meine, holst du dann quasi für den eigentlichen Backup ein Backup? Also so, das ist ja, entweder du holst einen Torhüter, der um die Nummer eins konkurriert und dann auch im Tor stehen kann oder du läschest. Also da nochmal ein Backup zu holen, der quasi der Backup von Fabi Bredlow ist, der eigentlich, der eigentliche Backup ist. Also das ist ja, da kriegst du ja die Krise. Also ich glaube, dass der VfB darauf spekuliert, dass irgendwann Dennis Simon die Nummer eins übernimmt, nicht nur auf dem Rücken, sondern auch wirklich im Tor, dass Fabi Bredlow weiter da bleibt. Der ist lange im Verein, der kennt alle Spieler, der kennt die Strukturen, der kann dann Backup für Dennis Simon sein und du brauchst jetzt einen Brückentorwart. Und ich glaube, nicht, dass dieser Brückentorwart Fabi Bredlow heißen sollte. Nicht, weil ich denke, dass er nicht gut genug wäre, sondern wenn du dieses Ziel hast, irgendwann Dennis Simon die Eins zu geben und dass eben Fabi Bredlow in die Zwei rutscht. Stell dir vor, der Bredlow spielt jetzt ein oder zwei Saisons Stammkeeper. Bist du dann bereit zu sagen, ich rutsche wieder in die zweite Reihe? Vermutlich eher nicht. Vermutlich nicht und deswegen, keine Ahnung, hol einen Torhüter, der jetzt um die Nummer eins konkurriert, der sich den Nummer eins Posten holt. Fabi Bredlow muss in die zweite Reihe zurückrutschen, was ich ihm gar nicht gönne. Also, ich wünsche mir, dass Fabi Bredlow sich durchsetzt, aber wenn ich, ja schon, warum nicht? Das ist ein geiler Typ, es ist ein super charakterlicher Mensch. Wenn der nicht die Nummer eins kriegt, ist er doch weg in einem Jahr. Und wenn, ich weiß, würde ich mir an seiner Stelle zumindest gut überlegen. Ja, es ist schwierig, im Endeffekt, es ist alles Spekulation und ihr wisst da draußen, ihr hört uns zu, ihr schaut uns zu, das wird viel diskutiert, Jan Sommer, Alexander Nübel, Sven Ulreich, da gibt es so viele Namen, die diskutiert werden. Das waren jetzt drei Bayern-Keeper. Das ist ja völliger Irrsinn, also der Einzige, der da halbwegs eine Idee wäre, wäre wirklich Sven Ulreich, der da reinpassen würde, erfahren. Ja, oder Nübel, über ein Leihgeschäft. Weißt du, da gibt es 100 Varianten, da gibt es 100 Varianten, die brauchen wir jetzt alle gar nicht durchdeklinieren. Ich glaube, also ja, wie gesagt, wenn sich was ergibt, machen sie was. Ansonsten wird am Anforderungsprofil geschraubt und im Zweifel spielen sie mit dem Bredlow. Das habe ich gestern so mitgenommen. Sehe ich auch so. Ob das jetzt richtig ist? Für mich ist Dennis Simon die Zukunft. Dennis Simon wird die neue Nummer eins und die Nummer zwei ist dann Fabi Bredlow und wenn Bredlow jetzt die Nummer eins wird, ist es, glaube ich, schwieriger, diesen Switch hinzubekommen. Rein strukturell gedacht, aus Kaderperspektive. Aber egal, denn ich glaube, dieses Torhüter-Thema, das ist gerade, ich bin mir auch gerade sicher, dass es wahrscheinlicher ist, dass Fabi Bredlow die neue Nummer eins ist, als dass jemand Neues kommt. Ich glaube, das ist die wahrscheinlichere Variante. Aber wie seht ihr da draußen das? Teilt uns doch mal mit. Was ist eure Meinung? Braucht der VfB einen neuen Torhüter? Braucht der VfB Fabi Bredlow als Nummer eins? Wird Dennis Simon ins Wasser geschmissen? Wie ist eure Meinung? Teilt uns mit, schreibt uns in die Kommentare, schreibt uns an vfbzvw.de. Wir sind immer interessiert an eurer Meinung, bauen das gerne ein. Und ich glaube, das ist echt ein groß diskutiertes Thema. Viele werden vermutlich sagen, Bredlow Nummer eins, weiß ich nicht. Jetzt nimm doch den Leuten nicht vorweg, was ich sage. Okay, okay. Was gar nicht so groß diskutiert wurde, was aber eher so ein richtiger Knalleffekt war, wo man erstmal so, wow, das war das zweite Thema oder das große Thema, das wir hier heute auch noch besprechen müssen. Und zwar der Einstieg von Porsche und MHP beim VfB Stuttgart in Kombination Mercedes-Benz bleibt an Bord. Das ist ja für mich, also für mich, ja Porsche steigt beim VfB ein, das ist ein Knaller. Porsche steigt beim VfB ein und Mercedes bleibt an Bord. Also das ist ja was, wenn du zehn Jahre zurückdenkst beim VfB Stuttgart, diese beiden Konkurrenten auf dem Luxussegment im Automobilmarkt zusammen an der Mercedes-Straße. Da war Chefkoch Alex Werle am Gucken, hey, alter Schwede. Also ja, nee, da müssen wir noch drüber sprechen, der Vollständigkeit halber, glaube ich einfach, weil das war auch wieder, ich fand es war wieder typisch so, Stichwort VfB und Sommerpause von wegen, wir lachen uns einen ab. Also das war ein Deal mit Knalleffekt. Wir müssen es jetzt, glaube ich, gar nicht mehr im Detail aufschlüsseln. Also Porsche wird neuer Investor. Vermutlich. Also Verträge nicht unterschrieben, aber ja. Wird so kommen. Und die signifikanteste Änderung, die alle jetzt schon sehen, der Schriftzug ist abgehangen an der Mercedes-Benz Arena, denn die gute Schüssel heißt natürlich für uns alle immer noch Neckarstadion, aber Kollege MHP, ich habe seinen Namen vergessen, sorry, der sichert sich die Namensrechte. Das Ding heißt jetzt MHP Arena Stuttgart. Also das ist ein Riesen-Deal gewesen und wir haben ja immer viel gemäkelt und kritisiert und gemacht. Und ich glaube, da muss man jetzt wirklich mal sagen, also das haben wir nicht erwartet. Und das ist auch im Gesamtvolumen, das es erreichen kann, bis zu 100 Millionen Euro. Ich will jetzt nicht sagen, dass es überlebenswichtig ist für diesen Verein, aber das legt diesen finanziell in Schieflage geradenen Patienten also mal wirklich runter von der Intensivstation. Wohin? Weiß ich jetzt nicht. Normalstation, Reha, ist ja schon wieder auf dem Weg nach draußen. Ja, also das war ein Deal mit Knalleffekt und vielleicht, ich glaube, das war ein Dienstag, oder wo diese Pressekonferenz war? Und wann wurden wir eingeladen? Montagabend, 16, 17 Uhr oder so? Das Weltmarkenbündnis. Also das Weltmarkenbündnis. Was haben wir gescherzt? Wer kommt? Bürgermaultaschen. Die Dönerbude aus Weiblingen. Ja. Nein. Also es wurde ja vorher schon viel spekuliert. Es ist ja vorher schon intern bei uns zumindest der Name Porsche rumgeflogen. Also müssen wir ganz ehrlich so sagen, wir haben den VfB kritisiert und oft zu Recht und wir haben Alex Werle kritisiert, oft zu Recht für seine wirklich mitunter schlechte Kommunikation nach außen. Aber dieser Deal, den er federführend vorangetrieben hat, das ist schon ein Hammer. Das ist ein Deal mit Signalwirkung. Das ist ein Deal mit einem Rieseneffekt, weil Mercedes und Porsche unter einem Schirm, also das ist ja schon brutal. Ich habe einen kleinen Haken, einen kleinen Makel, würde ich es jetzt nicht nennen, aber es wurde ja immer von diesem 100-Millionen-Deal gesprochen. Das sind ja keine 100 Millionen. Also es könnte ein 100 Millionen Euro werden. In Summe über die nächsten Jahre. In Summe über die nächsten Jahre. Klingt halt gut. Klingt halt gut. Es klingt so, als hätte der VfB zum Wechsel auf den Juli auf einmal 100 Millionen auf dem Konto gehabt. Das ist nicht so. Und es wurde eben viel auch in der deutschlandweiten Presse geschrieben. Es wurde viel gesagt, oh, der VfB ist jetzt Wolfsburg 2.0 und so oder Hoffenheim 2.0. Aber das ist ja völliger Blödsinn. Also es geht darum, Porsche steigt als Anker oder will als Anker-Investor einsteigen. Anker-Investor bleibt der Mercedes. Als Investor, sorry, vielen Dank. Das sind ja auch so Größenordnungen um die 40 Millionen Euro. Das ist ja noch nicht mal durch und das soll in Margen gezahlt werden. Also da soll jetzt im Sommer die erste Marge fließen mit 5% Anteile. Dann ist ja MHP Arena, da gibt es ja Gelder für die nächsten 10 Jahre. Das fließt auch viel in den Stadionumbau. Dann bleibt natürlich Mercedes als Sponsor an Bord. Porsche ist auch Sponsor, aber die steigen im Nachwuchsleistungszentrum ein. MHP will vor allem auch den Frauenfußball unterstützen und die E-Sports-Abteilung. Also so viel Geld von diesen 100 Millionen fließt gar nicht in die Profi-Abteilung. Aber das ist ja gut. Ja, das ist gut für den Verein, das ist gut für die langfristige Ausrichtung. Es geht um Eigenkapital, es geht darum, die Liquidität zu sichern, also dass der VfB finanziell wieder auf sicheren Beinen steht. Aber viele dachten jetzt oder viele haben es vielleicht gedacht, dass mit diesen 100 Millionen Euro jetzt holen wir uns MHP. So, was ich nochmal einfach klarstellen möchte ist, die kriegst du dann nicht für 100 Millionen. Ja, ist ja egal, aber dieses Geld fließt in die AG. Dieses Geld fließt zum Thema Eigenkapital, Liquiditätssicherung und es geht nicht in die Beine der Spieler. Und ich glaube, das müssen manche vielleicht auch so ein bisschen verstehen. Ja, dieser Deal ist ein riesen Knalleffekt, ist eine riesen Signalwirkung, aber der VfB hat nicht auf einmal 100 Millionen auf dem Konto. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil, dieses Deals. Das klingt schön, das klingt geil, das ist auch geil, aber dass der VfB jetzt auf einmal um Europa mitspielt, ist nicht der Fall. Und das haben sie, glaube ich, auch so deutlich gesagt, oder? Ja, das war beim VfB auch ganz schön mal anders. Also, als der Daimler damals eingestiegen ist, für diese knapp 40 Millionen, Ankerinvestor wurde, da kam ja die damalige Führungscrew auf die glorreiche Idee danach, die Top 3 oder Top 6 als Angriffsziel zu formulieren. Und das machen die jetzt am Ruder stehenden Verantwortlichen nicht, klugerweise nicht. Ich finde mit, neben dem ganzen Finanziellen, das ist das Wichtigste, ganz klar für diesen Verein, dem ging es finanziell und geht es immer noch, es ist nicht alles sauber. So, aber das entspannt die Lage, das nimmt Druck vom Kessel. Und ich glaube, was nicht zu unterschätzen ist und auch schwierig zu messen ist, ist diese Signal und erhoffte Sogwirkung auf andere. Wenn du als VfB-Marketingvorstand Ruvenkasper irgendwo jetzt hinkommst und sagst, du pass mal auf, bei uns sind an Bord, Mercedes, Porsche, hier MHP, gut, die gehören zu Porsche, aber die haben wir auch mit dabei. Wie sieht es denn aus? Ich glaube, dass das mittelfristig dem VfB mindestens noch mal so eine Summe wert sein kann. Nicht, das heißt jetzt nicht, dass da, oh klar, jetzt kommen sie alle hier an. Aber ich glaube, du signalisierst damit einfach auch, ja, das ist ja immer das, wenn man mit Journalisten oder Fans aus ganz Deutschland spricht, aus Berlin zum Beispiel, aus Hamburg oder sonst wo, für die war das immer ein Rätsel. Die haben immer gesagt, Mensch, ihr habt ja da die wirtschaftsstärkste Region, eine der wirtschaftsstärksten Regionen in Europa, hier sitzt ja alles. Warum machen die denn nichts beim VfB? Oder halt zum Beispiel wie der Kärcher, die sich ein bisschen zurückgezogen haben. Wirt hat sich zurückgezogen in den letzten Jahren. Porsche hat ja auch sich zwischenzeitlich zurückgezogen gehabt. Die waren ja schon mal NLZ-Sponsor, sind aber rausgegangen. Da soll es geknirscht haben mit dem damaligen Mercedes-Aussichtsrat, um den Namen nur noch mal zu nennen. Aber jetzt, um da wieder die Kurve zu kriegen, dieses Signal nach draußen zu senden, pass mal auf, Mercedes möchte reduzieren im Zuge der Gesamtunternehmensstrategie, das macht ja alles Sinn, aus deren Sicht. Die bleiben aber da. Die bleiben da und die räumen das Stadion frei und verzichten auf die Namensrechte, die ihnen noch bis 2038 zugestanden hätten, glaube ich. 2008 war, glaube ich, der Deal. Genau, für 30 Jahre haben sie sich das geschnappt. Für Läppische 20 Mille, glaube ich. Läppische in anderen Abführungen. Aber jetzt eben, MHP zahlt für die nächsten 10 Jahre, so wie man liest, 3,5 Millionen. Also haben sie sich schon mal gesteigert. Pro Jahr und Mercedes verzichtet unentgeltlich. 15 Jahre verzichtet Mercedes auf die Namensrechte. Also das schon, das ist eine Signalwirkung. Also und ich glaube, diese Signalwirkung, dieser Knalleffekt, der ist viel größer noch als vielleicht der eigentliche finanzielle Aspekt. Natürlich stellt es dich auf einen grundsoliden Boden, aber es geht ja auch um das Thema Trikotsponsor. Und es war ja auch ein Thema, wo wir gedacht haben, okay, Weltmarkenbündnis, VfB verkündet, große Pressekonferenz, verkünden die vielleicht einen Trikotsponsor. Und dann waren wir ja alle dort, dann wurde uns ein Zettel ausgehändigt, wo alles draufstand nochmal mit Stimmen, mit Zitaten. Und es war dann eben klar, weder MHP noch Porsche gehen aufs Trikot. Und das bedeutet, dieser große Posten-Trikotsponsor, der durch die Mercedes-Benz-Bank ja kolportierte 10 bis 12 Millionen Euro im Jahr einbringt, das fehlt immer noch. Aber jetzt hast du dieses Weltmarkenbündnis unter einem Dach. Bist du in einer guten Verhandlungsposition? Und es erleichtert ja deine Suche nach einem Trikotsponsor extrem. Und die Saison geht los, Danny, Mitte, ich glaube, 12. oder 13. August ist das Wochenende, wo der DFB-Pokal losgeht. Das sind noch knapp fünf, sechs Wochen, bis es wirklich losgeht. Bis dahin sollte ein Trikotsponsor da sein. Und es wurde natürlich auch gefragt auf der großen Pressekonferenz. Da war ja der Herr Hoffmann eben von MHP, der Gründer. Da war der Herr Meschke von Porsche, die Frau Seger von Mercedes und dann natürlich Klaus Vogt und Alexander Werle. Und da wurde natürlich gefragt, Trikotsponsor, Leute, wie sieht es aus? Keiner, weder Porsche noch Mercedes noch MHP gehen aufs Trikot. Wie ist die Lage? Ja, wir sind in Verhandlungen, es finden Gespräche statt, aber es ist noch nichts beschlussreif. Aber diese Woche hat ja der Ruven Kasper interessanterweise gesagt, ich glaube, bei der Bild war es im Interview, wenn wir rein nach dem Preis gegangen wären, hätten wir es schon verkauft gehabt. Aber sie wollen halt jetzt nicht, dass da irgendwie, keine Ahnung, also hoffe ich zumindest mal, dass sie da nicht sagen, jetzt nicht irgendein dahergelaufenes Online-Casino aus Aserbaidschan, so, nur weil die am meisten zahlen. Also ich finde jetzt, also ich würde gar nicht so, ey, das ist noch keiner gefunden. Vor ein paar Wochen war das irgendwie, hatte das eine andere Tonalität, diese Diskussion. Da war aber auch nicht klar, dass da jetzt eine andere Wucht dahinter steht. Jetzt finde ich es völlig richtig zu sagen, hey, wir warten jetzt mal ab, wir lassen das mal wirken, auch vielleicht auf potenzielle, sie sagen ja immer, es laufen schon Gespräche, kannst du jetzt mal schön hinhocken und sagen, so, habt ihr es ja gesehen, wie sieht es denn aus? Also, Fakt ist, bis zu diesem Pflichtspielstart da im DFB-Pokal Anfang August, bis dahin soll einer da sein. Ich denke am Sonntag, wenn sie da gegen diese Hohenlohe-Auswahl kicken, da ist das Trikot, das neue Trikot, das ja schon bekannt ist und direkt ein Verkaufsschlager wurde, weil eben die Brust blank ist, da ist das auch noch unbedruckt. da haben sie jetzt, finde ich auch, auch hier haben sie den Druck ein bisschen rausgenommen, weil du dir jetzt einfach die Zeit nehmen kannst. Klar muss man das alles noch produzieren und beflocken, also so ganz, also ich glaube, sie sollten jetzt nicht bis zum 5. August warten, bis sie da jemanden haben. Ich könnte mir gut vorstellen, so ein zeitlicher Rahmen nach dem Trainingslager, also du fährst ins Trainingslager, der Fokus liegt nochmal voll auf dem Sportlichen, es geht ja nach Tirol, nach, nee, Quatsch, Salzburger Land ist das? Ja, geografisch bin ich nicht so stark, für mich ist das alles Tirol da. du fährst über die Landesgrenze. Ja, Kitzbühel wäre Tirol und dann ist dieses Neukirchen am Großvenetiger, ist ja so eine 40 Minuten Autofahrt hinter, hinter Kitzbühel und da gehst du dann ins Salzburger Land. Also Geografieunterricht, wieder was dazugelernt, auf jeden Fall findet da das Trainingslager statt, da geht es nochmal um sportliche Themen, um sportliche Aspekte und dann könnte ich mir vorstellen, dass sie in der Woche nach dem Trainingslager dass da dann ein neuer Trikotsponsor verkündet wird, dass dann auch das Trikot nochmal präsentiert wird und wer das wird, also du hast ja richtigerweise gesagt, sie hätten schon was nehmen können, haben es aber nicht gemacht, deswegen, ich bin mir ziemlich sicher, dass es wieder ein regionales Unternehmen sein wird, das aufs Trikot kommt. Ich weiß nicht, wieder pure Spekulation, aber könnte ich mir gut vorstellen, vermutlich liege ich falsch, wie so oft, ihr sagt ja draußen oft, der Kramer liegt falsch, aber so ist es eben und Danny, dann lass uns doch noch kurz auf den Transfermarkt schauen, wir haben vorher schon ein paar Sachen, einiges schon angeschnitten, oder einiges angeschnitten, die Nummer 1 haben wir besprochen mit Fabi Bredlow, aber es gibt ja doch ein paar Verkaufskandidaten und da kann man ja jetzt den Rahmen schließen mit diesem Porsche-Deal. Wir haben ja darüber gesprochen, der VfB kriegt bis zu 100 Millionen Euro. Ich habe aber ja schon dargelegt, dass von diesen 100 Millionen gar nicht so viele den Kader fließen. Das heißt, an der grundsätzlichen Ausrichtung, dass der VfB erst verkaufen muss, bevor er einkaufen kann, daran ändert sich eigentlich nichts, oder? Ja, vor allem halt, aber da geht es ja eher um die Kadergröße, also du kannst ja nicht sagen, ich habe einen Kader mit 34 Spielern und jetzt gehen wir nochmal auf Shopping-Tour. Also dann kommt es ja irgendwann mal, wie war es mal, als Maga Schalke trainiert hat oder Wolfsburg, ich weiß nicht mehr, da hatten die 42 Spieler im Kader. Also das finanzielle Spiel auch eine Rolle, aber vorrangig geht es darum, auszusortieren, in An- und Abführung, ihr seht es, ihr hört es, um da auch Platz zu schaffen. Und wir haben es anklingen lassen, der Transfersommer wird lang, die Hauptverkaufskandidaten sind und bleiben, Sosa und Mavropanos. Sosa ist ja eigentlich gefühlt, seitdem er in Stuttgart ist, ein Verkaufskandidat. Deswegen, da muss man, glaube ich, auch mal abwarten, was klar ist, und das ist nochmal wichtig zu betonen, durch den Porsche-Einstieg, die Porsche-Million, ist auch hier der Druck ein bisschen raus. Wir haben es ja berichtet, es wird auch weiter nötig sein, Transferüberschüsse zu erwirtschaften. Aber das ist quasi ein Geschäftsmodell. Das hat der VfB nicht exklusiv in dieser Branche. Also selbst Borussia Dortmund hat sich ja quasi offiziell auf die Fahnen geschrieben, wir bilden junge Spieler aus und verkaufen die dann nach England. Siehe Jude Bellingham, Sancho, Haaland usw. und so fort. Also daran wird sich nichts ändern. Was sich aber verändert hat, ist dieser Druck, dieses, ey, wir müssen Sosa und Mavropanos verkaufen und am besten noch einen dritten dazu, weil wir diese Kohle brauchen, weil uns sonst der Laden zusammenbricht. Und so sah es ja aus vor ein paar Wochen noch. Genau. Und deswegen, da ist jetzt ein bisschen die Lage entspannter. Wir haben es anklingen lassen, England, der Markt wird erst später wirklich heiß werden. Das wird jetzt alles noch dauern. Also ich halte das gar nicht für ausgeschlossen, dass du in die neue Saison startest, Bundesliga-Pokal usw. und du da Mavropanos und Sosa auf dem Platz hast und die trotzdem noch wechseln. Ähnlich Sascha K. Leipzig letztes Jahr usw. Orel Mangala. Hat sich ja auch lange hinten rausgezogen. Du hast aber trotzdem zwei neue schon. Ja. Maximilian Mittelstädt wurde ja verkündet. Den haben wir ja damals schon im Podcast mit Dennis Bayer live verkündet. Den Transfer haben wir schon drüber gesprochen. Jovan Milosevic kommt ja auch. Der junge Stürmer ist aber eher die Frage, ob er vielleicht noch in der U21 ein paar Spiele bekommt oder ob er es schon direkt schafft. Darf er doch gar nicht. Kann es sein, dass er gar nicht spielen darf? Ich bin jetzt gerade nicht sicher. Aber ich meine, der darf auf so einer ausländerrechtlichen Regelung nicht spielen. Deswegen ist er eher ein Kandidat, Okay, der gehört jetzt mal uns. Wir verleihen den nochmal. Ja, zum Beispiel. Typ Sanko. Da hängt ja auch viel an der Personalie Gerasie. Der Name fiel ja noch gar nicht. Den hat ja der VfB gewissermaßen auch verpflichtet. War ja nur ausgeliehen letztes Jahr. Ist jetzt verpflichtet worden. Wurde bekannt gegeben vor den Relegationsspielen. Auch nochmal so ein so ein kleines Goodie. Aber das ist natürlich auch einer. Überleg mal, da kommt im August keine Ahnung bei, bei was weiß ich Everton reißt sich der eingeplante Stürmerskreuzband und die denken sich Mensch, der passt genau in unser Profil. Was haben die Stuttgarter bezahlt? Neun. Komm, wir machen mal 18. So. Und dann ist der VfB immer in der, also dieses, Alexander Wähler hat mal gesagt, unverkäuflich gibt es nicht für Klubs in unserer Größenordnung. und wenn da so Angebote kommen sollten, dann muss der VfB darüber nachdenken. Das ist ja ganz klar. Aber das ist angesprochen, diese beiden neun, also gerade Mittelstädt, das ist ja so ein bisschen idealtypisch. So, das ist ein Spieler, der ist nicht mehr, der hat nicht mehr die Kategorie eines, eines Trongi Koulibaly, so junges Talent, entwicklungsfähig, verspricht auch eine riesen Wertsteigerung. Das ist eher ein Spieler, der, der hat schon was gesehen von der Liga, der war günstig zu haben, der passt da jetzt rein und, also mehr Mittelstädt, weniger Koulibaly, so, das ist glaube ich so diese Grundausrichtung, um diesen Kader auch, das war ja auch ein Ergebnis dieser Saisonanalyse, so, diese Widerstandsfähigkeit muss her. Und auch mannschaftliche Reife, das war ja ein ganz großes Thema und ich glaube so, Kategorie Mittelstädt, das sind so Transfers, die man beim VfB in Zukunft öfter sehen wird, weil es einfach darum geht, Mittelstädt ist erfahren, bringt die nötige Reife mit. Der hat nicht diese riesen Leistungsschwankungen. Es gab halt im Letzten diese Pressemitteilung vom VfB, wo diese Saisonanalyse kurz dargelegt wurde, da ging es um mannschaftliche Reife, da ging es natürlich auch um Leistungsschwankungen und und um Effektivität und das sind ja alles Punkte, da geht es um Erfahrung. Also natürlich kann auch ein junger Spieler mit der nötigen Qualität quasi konstante Leistungen auf den Platz bringen, aber es ist sehr wahrscheinlicher, dass ein junger, unerfahrener Profi nicht konstante Leistungen zeigt, als ein erfahrener Profi und Maximilian Mittelstädt ist... Umgekehrt übrigens aber genau das Gleiche, also du wirst nie eine Sicherheit haben. Nein, natürlich nicht. Auch bei Mittelstädt weißt du nicht, der spielt von 34 Spielen, 30 top. So, kannst du auch nicht sagen. Ja, nee, natürlich nicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Mittelstädt solider performt als Koulibaly zum Beispiel, die ist da und deswegen glaube ich, dass der VfB in Zukunft mehr Mittelstädt-Transfers tätigen wird. Das ist ein bisschen eine leichte Abkehr von diesem Misslinz-Tat... Aber das ist schon eine große Abkehr. Oder eine große Abkehr. Ja, ich wollte jetzt nicht hier, dann kriege ich wieder Hate ab, weißt du? Ja, aber man muss ja aussprechen. Es ist eine Abkehr von der Misslinz-Transfer-Strategie und deswegen glaube ich, dass wenn der VfB aktiv wird, dann wird es Kategorie Mittelstädt, aber erstmal muss verkauft werden. Wer hoffentlich nicht verkauft wird, übrigens ist Vataro Endo. Der hat ja nur noch ein Jahr Vertrag und es ist ja eigentlich branchenüblich, dass man einen Spieler, der noch ein Jahr Vertrag hat, dass man entweder den Vertrag verlängert oder ihn verkauft, damit man noch Geld generiert. Und ich habe ja erfahren aus Stuttgarter Kreisen, dass man mit Vataro Endo am liebsten verlängern würde, das ist ja klar. Gab ja auch schon Gespräche. Genau, aber selbst wenn man nicht verlängern könnte, wäre er so wichtig für das Konstrukt der Mannschaft, dass man ihn zur Not im nächsten Sommer ablösefrei ziehen lässt. Also das ist die Ausgangslage zum Beispiel bei Vataro. Hiroki Ito gilt eigentlich auch als unverkäuflich, weil er der Spieler ist, der mit die größten Entwicklungspotenziale noch hat. Und am konstantesten, mit am konstantesten performt hat. Und auch da wieder, guck mal, der hat konstant performt, war aber junger, und unerfahren, hat davor nur in Japan gekickt. Also es gibt schon einen Idealtypus an Profi, wo man sagt, ey, da ist eine große Wahrscheinlichkeit, dass er erfolgreich wird. Und Hiroki Ito widerlegt es eigentlich. Deswegen, Mittelstädt ist der Transfer der Kategorie, solider Bundesligaspieler, keine großen Ausreißer nach unten. Das ist genau das, was der VfB aktuell braucht. Und Backup übrigens auch für einen möglichen Sosa-Abgang. Genau. Wäre er für dich einen Sosa-Ersatz? Kann ich nicht beurteilen. Habe ich zu wenig gesehen von dem Kerle. Ist ja schwierig zu sagen, weil ich glaube, der Spielertyp Sosa ist insofern ein einzigartiger, dass seine Flankenqualität im linken Fuß, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass Mittelstädt so gute Flanken schlägt. So dafür hat er vielleicht, ist der defensiv stabiler. Das ist ja auch immer eine Philosophiefrage dann auch so. Was will ich mehr auf dieser Position haben? Worauf lege ich Wert? Auch der Trainer. Das wird jetzt interessant, weißt du, in der Vorbereitung. Was sind denn diese Spielprinzipien, die Hoeneß auf dem Platz haben will? Ist es da überhaupt so gefragt, diese offensiv drängenden Wingbacks zu haben? Oder will der eher so Typ Mittelstädt, einer, der dir da hinten einen Laden zuhält und sauber die Außenbahn weg verteidigt? Also das ist, glaube ich, dann auch immer eine Philosophiefrage. Ganz grundsätzlich ist das auch ein Transfer, wo ich sage, du gehst nicht viel Risiko ein. Kommt Ablöse frei von einem Absteiger, kennt die Liga, spricht Deutsch, kennt, glaube ich, auch Hoeneß. Kommt der Ablöse frei? Wurden doch ein paar hunderttausend Euro, müssen doch geblecht werden. Ach, vielleicht erzähle ich Quatsch. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich glaube, dass eine kleine Ablöse... Auf jeden Fall hast du für den keine zweistellige Millionensumme auf dem Tisch gelegt. Und auch keine einstellige. Also, da machst du nicht viel verkehrt im Zweifel, glaube ich. Und deswegen muss man jetzt mal schauen, wie sich das einruckelt. Ich grätschere dazwischen, weil ich glaube nämlich auch, jetzt gerade, wo du das so ausführst und gesagt hast, der Hoeneß will sich das erstmal anschauen, hat neue Ideen, neue Konzepte. Vielleicht sieht Hoeneß ja auch erst in drei, vier Wochen, was überhaupt noch an Nietz da ist. Genau, was brauche ich eigentlich so? Er hat ja auch gesagt, das haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt, mit Blick auf diese Leihrückkehrer. Ich will mir die alle mal anschauen, weil ich habe keine Vergangenheit mit denen. So als Stichwort, ich habe die vor einem Jahr schon quasi weggeschickt, weil ich da kein Potenzial sehe. Der sagt einfach, hey, die kommen und ich gucke mir die alle an. Dass die nicht alle bleiben können, ist klar. Aber dass so Spieler wie Mo Sanko, Wahid Fagir vielleicht durch die Laien auch einen Schritt nach vorne gemacht haben, was jetzt bei anderen Spielern, Momo Zissé, Roberto Massimo, das war ja eher nicht der Fall. Also das sind eher ganz klar die Kandidaten, die werden vermutlich auch endgültig abgegeben werden. Aber so Spieler wie gerade in Mo Sanko, da muss man da mal schauen, was ist für den der bestmögliche nächste Entwicklungsschritt? Macht es Sinn, den vielleicht nochmal zu verleihen, weil er Spielpraxis braucht, die er in Stuttgart nicht bekommt, weil Girassi spielt? Geht Girassi doch noch weg? Hast du eine ganz andere Situation? So, was wird aus Pfeiffer? Also dieses Thema Kaderplanung, super komplex, haben wir schon oft drüber gesprochen. Und ich glaube, der Sebastian Hoeneß tut gut daran, jetzt erstmal zu sagen, so ey, wir müssen erstmal alle hier wieder herkommen, heile, gesund auch wieder herkommen. Wir müssen uns alle mal anschauen. und dann kann man vielleicht auch wirklich genauer sagen, du Mensch, zentrales Mittelfeld, Wataru Endo, müssen wir ein bisschen entlasten, da brauchen wir noch jemanden mit dem und dem Profil, weil der und der Spieler, den wir im Kader haben, das so nicht anbietet. Und das bedeutet wiederum, wir geben den ab. Da wird sich, das muss sich, ich habe es glaube ich schon fünfmal gesagt, einruckeln. Ja, und es wird ein langer Transfersommer. Also ich habe hier, Danny, Themen-Sheet, da steht langer Sommer mit fünf A's, glaube ich. Und genauso wird es. Also es wird jetzt nicht in den nächsten ein, zwei Wochen, da erwarte ich keine große Bewegung. Ich erwarte, wenn dann nach dem Trainingslager eine große Bewegung. Es wird auch schon spannend zu sehen, im Trainingslager, wer ist dabei, Danny? Du wirst ja fahren. Wer von den Youngsters ist auch dabei? Ja, wer ist da? Es waren ja drei Spieler, unter anderem Mathis Hoppe vom NLZ dabei auch. Wie sieht es aus mit Laurin Ullrich? Wie sieht es aus mit Samuele Di Benedetto? Das sind alles so Kandidaten. Da muss man einfach mal schauen, was da rauskommt. Und das wirst du ja dann auch begleiten, das Trainingslager für unsere Redaktion. Da wirst du ins Salzburger Land fahren, geografisch korrekt ausgesprochen. Und du wirst für unsere Redaktion dabei sein. Ich glaube, da freust du dich auch jetzt schon drauf. Und dann lassen wir doch einfach mal Fabian Wohlgemuth kochen. Also schauen wir doch mal, was der Chefkoch da fabriziert. Und ob es dann schmeckt? Ja, ich weiß es nicht. Es kann ja auch sein, die gehen ins Trainingslager und sehen gar nicht so viele Potenziale, die irgendwie noch gedeckt werden müssen. Es kann ja sein, die sagen, wir Sosa Mafropanos, wir haben jetzt frisches Geld. Wir müssen gar nicht unbedingt. Aber sie müssen ja zweigleisig planen, weil gerade Sosa Mafropanos du immer mit dem Gedanken spielen musst. Im Fall von Sosa ist schon getan durch Mittelstädt. Aber was passiert, wenn er doch noch geht Mitte, Ende August? Vielleicht gibt es bei dem Live-Vertrag mit Maklitscha, der ist ja jetzt nach Darmstadt verliehen worden. Vielleicht gibt es auch eine Klausel, weißt du ja alles nicht, dass der zurückkommt. Kann ich jetzt zwar nicht vorstellen für diesen Sommer, aber der wird auf jeden Fall, während die da was reingebaut haben. Vielleicht im Winter. Du weißt es ja nicht. Deswegen, ich glaube, wir alle sind gut daran gehalten. Und natürlich auch ihr da draußen, die zuschaut und zuhört. Wir fahren einfach ein bisschen runter. Ich glaube, das tut dem überhitzten Umfeld in Stuttgart auch um. Wir fahren ein bisschen auf Sicht. Wir fahren auf Sicht. Das klingt gut. Ja. Oder wie im Nebel. Wir gucken einfach, was kommt. Was kommt denn jetzt? Also was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Die nächsten Schritte sind erstmal, dass du am Sonntag nach Schwäbisch Hall fährst und dir das erste Vorbereitungsspiel anschauen wirst gegen diese hohen Lohauswahl. Bei 38 Grad. Am heißesten Tag des Jahres vermutlich. Also das wird großartig. Dann haben wir es angesprochen. Dann kommt nächste Woche der nächste Testkick. Reutlingen. Ist ja auch eher, also der sportliche Wert hält sich bei den beiden natürlich in Grenzen, weil das dann Jubiläumskick ist. Ich glaube, die haben Stadion 125 Jahre oder so. Kreuzeiche. Ja, und dann ist eben diese Woche in Österreich. Wann ist das nochmal? 17. bis 23. Da ist auch ein Testspiel geplant gegen Vitesse Arnheim aus den Niederlanden. Das ist dann, glaube ich, schon mal so der, das könnte so der erste Gradmesser werden, wo man dann sagt, okay, das ist jetzt auch mal ein Gegner und wir haben ein bisschen Vorbereitung in den Knochen. Dann geht es wieder zurück nach Stuttgart. Da wird es ein paar Tage freigeben. Ist klar, nach so einem langen Trainingslager. Und dann, jetzt hoffe ich, dass ich keinen Quark verzapfe, kommt nicht schon das Sheffield-Spiel, oder? Ich glaube, das Sheffield-Spiel ist die Generalprobe. Es kommt noch dieses Miniturnier. Genau, sie spielen, sie kommen nach Hause sonntags, 23. Dann wird ein bisschen frei sein. Dann am Wochenende drauf dieses Miniturnier in Heimstetten gegen Gladbach und 1860. Das ist ein Münchner Raum, oder? Münchner Raum, genau. Und dann eben die Generalprobe in Sheffield gegen englisches Team. Das wird knallen, auf jeden Fall. Und dann geht es ab. Dann haben wir Pokal gegen Balingen in Reutlingen. Der VfB kennt ja dann das Stadion. Das ist ja fast ein Heimvorteil. Sowieso. Und dann die Woche drauf. Heimspiel gegen Bochum und mit allen also mit allen Beteiligten, die man jetzt schon getroffen hat. Ich habe am, wann war ich beim VfB? Nicht vor dem Training. Ich war die Woche ja einmal drüben am Clubzentrum. Am Dienstag. Mittwoch, oder? Ist ja wurscht. Aber jedenfalls habe ich Klaus Vogt getroffen, Präsident, ein bisschen geschnackt und so. Die sind zwar alle ein bisschen platt, auch, weil es war ein intensiver Sommer auch, aber die haben richtig Bock. Weißt du, allein der Gedanke dann, was ist es, 18.20., 19. August, so, da wird ja irgendwo dieses Bochum-Spiel sein. Heimspiel. Es werden wieder mehr Leute ins Stadion dürfen, weil der Umbau vorangeschritten ist. MHP-Arena. In der MHP-Arena. Es wird eine Karawane geben. Es wird kribbelig. Es gibt einen Gegner, sage ich jetzt mal, das ist der einzige Gegner, den sie letztes Jahr zweimal geschlagen haben. So, also das ist eine machbare Heimaufgabe. Guter Start. Da könntest du mal ganz smooth in die neue Saison gleiten. Es gibt ja schon ein paar Jungs auch von mir, die sagen, am ersten Spieltag sind wir Tabellenführer. Die drehen schon wieder alle durch. Deswegen runterkühlen. Runterkühlen. Wir warten es noch ab. Die Vorbereitung ist lang. Da kann viel passieren, auch was Verletzungen angeht. Wir hoffen es natürlich nicht, aber ich erhebe ihn. Den mahnenden Zeigefinger. Und ich mache den Bruno Labbadia. Der hat immer in der Pressekonferenz auf Holz geklopft. Toi, 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 toi. Das hat ja richtig gut funktioniert bei Bruno Labbadia. Nee, deswegen, ja, wir schauen uns das einfach an, denn ich glaube, diese Vorbereitung wird für uns wieder rasend schnell rumgehen. Ich glaube, am 5. Juni war das Rückspiel der Relegation in Hamburg. Da sind jetzt über vier Wochen vergangen. Ich weiß gar nicht, wo die vier Wochen hin sind. Hier Podcast-Vorbereitung, neues Video-Format, alles ausprobieren. Jetzt sind sechs Wochen Vorbereitung mit Trainingslager, Testspielen, vielleicht noch ein paar Medienrunden. Und dann ist schon erste Pokalrunde Anfang Mitte August und dann geht es schon wieder los. Also es geht Schlag auf Schlag, Danny. Und ich glaube, so langsam haben auch wir wieder richtig los. Du hattest ja gestern schon einen richtigen Fußballtag. Erst VfB-Trainingsauftakt. Oh ja. Und dann abends noch bei meinen Römer Jungs, SPVGG Rommelshausen. Grüße gehen raus. Warst du Fotograf, hast unsere Mannschaftsbilder gemacht. Sehr gute Bilder gemacht übrigens. Also danke an dich nochmal. Sehr gerne. Ich hoffe jetzt nicht, dass jetzt lauter Anfragen reinkommen von VfB-Fans, die zuhören und wollen, dass sie sich vorbeikommen und Mannschaftsfotos machen. Da muss schon was rausspringen. Das ist ein teurer Fotograf. Deswegen, da müsst ihr schon was hinlegen. Gutschein vom Bachhofer oder so. Ja, oder ein Porsche. Nee, deswegen. Porsche E-Bike. Porsche E-Bike. 13.000. Haben wir schon gegoogelt, gell, damals, wo Porsche eingestiegen ist. Ja, nein, wir sind wieder im Labermodus, aber das ist auch okay, weil das ist die erste Folge nach der Sommerpause. Wir haben einiges auf der Seele, das wir auspressen wollen. Es muss raus. Es muss raus, ja. Und deswegen, Danny, ich schaue mir hier auf unserem schönen MacBook das Themensheet an. Ich sehe eigentlich nichts mehr. Ich glaube, mir bleibt an dieser Stelle auch mal noch an euch zu sagen, danke, dass ihr uns hört. Danke, dass ihr am Start seid, dass ihr uns die ganze vergangene Saison begleitet habt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Gebt uns Feedback über alles Mögliche, über dieses Videoformat. Was nervt euch an uns zwei? Brauche ich eine andere Brille? Jetzt, wenn ihr es auf Video seht, muss der Danny sich andere T-Shirts anziehen? Also meldet uns zurück. Gerne auch inhaltliche Kritik, natürlich nicht nur Stilkritik. Natürlich nur inhaltliche Kritik. Deswegen, ja, ich glaube, es ist einfach auch mal Zeit, Danke zu sagen. Also wir starten jetzt in die neue Saison. Das wird wieder ein langes Jahr. Es werden wieder viele Wochenenden auch für uns beide. Deswegen danke, dass ihr uns hört, dass ihr das hier alles überhaupt möglich macht. Und wir freuen uns tierisch. Ich bin richtig heiß. Schade, dass ich ins Trainingslager fahre. Danny, du fährst. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin aber auch mal froh, wenn ich Pause habe, muss ich ehrlicherweise sagen. Und dann habe ich irgendwas vergessen. Ich glaube, die ZVW-News-App müssen wir noch werden. Wenn ihr sie noch nicht habt, ist jetzt natürlich der Zeitpunkt, euch die News-App runterzuladen aufs Smartphone. Da bekommt ihr alle unsere Texte, Artikel, Bilder, Videos und sonstiges immer aufs Smartphone gepusht. Holst ihr euch in den Stores. Das lohnt sich auf jeden Fall, was sich auch immer lohnt, auf unserer Seite vorbeizuschauen. ZVW.de slash VfB Stuttgart. Da findet ihr alles gesammelt. Und ansonsten unsere Social-Media-Kanäle, die werden jetzt glühen dann, weil wir viel unterwegs sind, vor Ort sind, euch da gerne auch ein paar Einblicke geben, was um so Testspiele, Trainingslager rundherum passiert. Ja, und ansonsten, ich wiederhole das, was Simi sagt. Meldet euch wirklich mal. Wie gefällt euch das mit dem Video? Ist es den Aufwand wert, den wir hier betreiben? Oder sagt ihr, ach komm, lasst es einfach sein? Ich glaube nicht, dass es kommen wird, weil eben der Wunsch von vielen da war. Jetzt haben wir es umgesetzt. Jetzt ist es wieder an euch, euch mal zu melden, zu sagen, was es ist. Und wie gesagt, gerne. Feedback ist immer gerne gesehen. Herr damit, auch wenn es um deine Brille geht. Ich finde sie schick. Vielen Dank. Und dann, das war es doch, oder? Das war es. Also ich bin jetzt froh, wenn ich aus dem Raum herauskomme, weil hier ist bollen heiß. Wir gehen jetzt erstmal schön was Mittag essen. Dann schneiden wir diese Podcast-Folge, schneiden das Video und dann laden wir es hoch und dann sind wir wirklich gespannt, wie unser erstes neues Projekt... Weltpremiere. Weltpremiere. Das klingt gut. Das klingt richtig gut. Das klingt nach Weltmarkenbündnis. Ja. Ich glaube, blöder wird es nicht mehr. Deswegen beenden wir an dieser Stelle diese Podcast-Folge. Natürlich auch an euch da draußen, die uns nur hören. Ihr seid uns natürlich genauso willkommen wie alle, die uns anschauen. Es ist immer noch ein Podcast. Wir haben ja immer noch unsere Podcaster-Mikros. Es geht immer noch darum, dass wir euch schön was auf die Ohren geben. Jetzt geben wir euch zusätzlich noch was für die Augen. Deswegen... Besser wird es nicht. Besser wird es nicht. Danny, danke dir fürs Podcasten, danke an euch fürs Zuhören, danke an euch fürs Reinschauen und dann sehen wir uns aller spätestens und hören uns aller spätestens nächste Woche wieder. Tschüss, ciao. Ciao.